Die 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 Werkzeug brauchen wir auch gerade nicht wirklich da unten ne Das heißt, das können wir auch oben wieder abgeben Ok, können wir nicht Aber das Holz können wir abgeben Ok, will ich hier voll machen? Mal hier wieder zurück Mal hier zurück Mal hier Okay Das heißt, ich gehe jetzt erstmal da hin Und lade da mein Holz ab Mal hier Mal hier Mal hier Mal hier Mal hier Absatz Mal das Da-dum-bum-ba-bam-bam Da-dum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Sooo Sind wir bald da? Wo ist denn das Schiff jetzt? Flying Willy Flying Willy Du solltest hier hingehen Das Volk bekommt kein Baumaterial Okay, aber ansonsten ist das Volk glücklich mit allem, was es so hat Die Stoffe sind in Ordnung, die Lebensmittel sind in Ordnung Tabak gibt's genug Das ist echt nicht schlecht Das heißt, ich könnte eigentlich Probieren wirklich Also dich würde ich gerne ausladen Dich würde ich gerne ausladen Und dich würde ich gerne maximal ausladen Dann würde ich dich gerne zurücknehmen Und dann würde ich gerne nochmal nach Hause fahren Da-da-dam Da-da-dam Da-da-da-dam Da-da-dam 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 Und in der Theorie können wir jetzt hier sogar eine Weberei machen. Also erstmal du raus, dann kommst erstmal du raus. So, und dann würde ich jetzt hier sagen, eine Plantage. Bam. Und dann können wir hier eine Handwerksgedönse-Persona machen und sagen, machen wir hier eine Weberei. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Gut, das Denkmal. Setzen wir dann halt mal da hin. Noch eins haben wir nicht. Okay. Schön. So, wie ist das mit den Bürgern hier? Die sind glücklich. Die sind glücklich und die sind auch glücklich. Eigentlich könnte ich wirklich mal ein paar von den Leuten sich aufleveln lassen. So, dann würde ich die Steine hier nochmal ausladen wollen. Würde ich das hier nochmal ausladen wollen. Und dann können wir eigentlich sagen, wir bauen jetzt hier... Echt noch sowas hin. Das geht ja nicht. Da würde ich mir mein Zeug kaputt machen. Eigentlich... Das reicht ja. Genau. Da hätte ich ja da hinten wieder genug Platz. Und dann könnte ich jetzt roden. Und dann könnte ich... So. Und... Dich würde ich auch wegmachen. So, und dann können wir ja hier nochmal Baumwollplantaten sagen. Eins. Also, eine kriege ich hier auf jeden Fall so rein. Quatsch, die kriege ich sogar noch besser rein. Die kriege ich so rein. Eins. Zwei auf jeden Fall. Dann hätte ich hier sogar noch eine. Und theoretisch könnte ich hier sogar auch noch eine hinbekommen. So, also das wäre so. Dann kriege ich so aber keine mehr. Muss ich auch nicht. Das ist ja das Witzige. Das muss ich ja gar nicht. So, das wird alles verarbeitet. Dann könnte ich theoretisch ja noch eine hinbauen. So, dann würde ich doch da nochmal Baumwolle nehmen. Zack. So, dann würde ich jetzt mal kein letztes Baumwolle nehmen. So. Wunderbar. So, die Baumwollplantage wäre dann hier. Nee, das gibt wirklich nur drei. Nee, das gibt wirklich nur drei. Es sei denn. Nee, das gibt insgesamt immer nur drei. Wenn ich hier das Ding vielleicht umziehen würde irgendwo hin. So, den könnte ich ja so hinbauen. Könnte ich die so hinbauen? Das wäre... Ich glaube von der Anordnung gar nicht so blöd. Aber es gibt hier einen Überschnitt. Wähle ich hier ja nicht... Ich meine, da würde ich nur einen verlieren. Und würde mich alleine mit... Das geht nicht. Geht das? Nee, geht nicht. Würde ich mich anlehnen mit Dingsbums. Auf der anderen Seite, ich kann auch so sagen. Das ist ja nicht das Problem. Dann könnte ich trotzdem noch hier oben sagen... Na ja, das wird dann knapp. So wäre es halt sicher. Aber wie gesagt, dann würde ich halt hier Sachen verschwenden. Und das möchte ich nicht. Und das möchte ich nicht. So, und das Baumwollfeld, das braucht es halt noch ein bisschen. So, und was machst du? Aus 6 machst du 3 Tonnen Stoffe. So, und dann würde ich da gerne noch mal eine Weberei haben. Oder hier. So, ich hoffe ja echt, dass das dann relativ einfach wieder zurücktransportiert wird. Ja, so ähnlich wie hier halt. Weil ich meine, ich sehe da ja eigentlich gar nicht, dass da irgendwas groß passiert. Schön. Ah, okay, und der ist auch schon wieder leergeräumt worden. Piraten haben das Feuer eröffnet. So, und wir fahren noch Ziegel durch die Gegend. Die könnten wir eigentlich mal wegwerfen. Ich glaube nicht, dass ich die groß noch brauche. So, ich bin ein bisschen gespannt. Ich glaube, ich muss hier wirklich... ...so was machen. Okay, haben wir gemacht. Hat was gebracht. Es wurde gelacht. Okay. Ähm. Dann würde ich hier jetzt... ...gerne noch die nächste hin... ...bauen. ...das war ja so. Wir fangen mit... ...erde an. Und dann würde ich hier... ...den da sagen. ...und du würdest dann dahin gehen. Genau. Und dann würde das ja bedeuten, dass ich hier eine Kante entschneiden kann. ...so. Ja. Aber das macht nichts. Dann gibt es hier jetzt halt einen kleinen Überlapp. Das ist nicht so das Problem. Okay. Ich mach dich nochmal zu. Wir haben noch Steine. So. Eins. Zwei. Zack. Und zack. So. Dann würde ich doch zu euch sagen. Fluff. Fluff. Ha.